Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Polygod Reading. Wenn ihr zum ersten Mal hier seid, ich heiße David und ich rede hier vor allem über fremdsprachige Klassiker, die ich in der Regel in der Originalsprache gelesen habe, die aber auch in der Regel in deutscher Übersetzung vorliegen. Heute möchte ich euch vier Bücher vorstellen, die ich im Januar mit viel Vergnügen und Genuss gelesen habe. Zwei davon haben mir ganz besonders gefallen, bei denen gehe ich etwas mehr ins Detail, die anderen beiden stehe ich nur sehr kurz vor. Starten wir mit dem ersten Buch, das ich auf Italienisch gelesen habe, von Elsa Morante, L'Isola di Arturo. Die deutsche Übersetzung läuft unter dem Titel Artur's Insel. Dieser Roman Artur's Insel ist ein Bildungsroman der italienischen Schriftstellerin Elsa Morante. Das habt ihr wahrscheinlich jetzt schon geschlussfolgert. Elsa Morante ist bekannt als eine der wichtigsten italienischen Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts. Sie war zeitweilig auch verheiratet mit dem ebenfalls sehr bekannten italienischen Schriftsteller Alberto Moravia. Für diesen Roman, Artur's Insel, der 1957 veröffentlicht wurde, hat Elsa Morante auch im selben Jahr den renommiertesten italienischen Literaturpreis, den Premiumsträger, erhalten. Worum geht es im Groben? Der Roman beschreibt die Entwicklung des Protagonisten Arturo Gerace von seiner Kindheit bis in das junge Mannesalter. Und die Hauptthemen dieses Romans, das sind die Folgen des Mangels an elterlicher Liebe. Das ist die Sehnsucht, als ein liebenswerter Mensch wahrgenommen und als solcher behandelt zu werden. Das sind die Komplikationen einer ziemlich verkorksten Vater-Sohn-Beziehung, die Bedeutung von Natur erleben als eine Art Ersatz für funktionierende menschliche Beziehungen. Es geht auch um Eifersucht, um enttäuschte Liebe und auch um einige, zumindest 1957, noch mit tabu belegte Themen wie Homosexualität und die Unmöglichkeit einer Liebesbeziehung zwischen Stiefsohn und Stiefmutter. Ein bisschen mehr zur Handlung. Es ist nicht ganz spoilerfrei, aber immer die wesentlichen Schlusswendungen des Romans werde ich nicht verraten. Der Protagonist Arturo Gerace wächst auf als einer halbweise. Die Mutter ist kurz nach der Geburt verstorben und er lebt jetzt auf einer Insel, Procida, vor Neapel, in einem vernachlässigten, langsam verfallenen Herrenhaus oder einer Villa. Sein Vater, Wilhelm Gerace, man merkt es schon am Vornamen, der Vater hat deutsche Wurzeln, ist ein sehr rätselhafter und extravaganter Mensch. Der ist die meiste Zeit des Jahres abwesend auf Reisen mit unbekanntem Ziel, von unbekannter Dauer und von unbekannten Zweck. Und in Auturos Augen wirkt dieser überwiegend abwesende Vater trotzdem wie ein unfehlbarer Held, wie die absolute Bezugsperson Nummer eins. Ganz unkritisch hoch verehrt. Aber als Leser merkt man sehr schnell, dass mit diesem Mann, mit diesem Vater irgendetwas nicht stimmt. Sehr mysteriös ist die Art und Weise, wie der Vater zum Besitzer dieser Familienvilla wurde. Er hat sie offensichtlich geerbt von einem exzentrischen alten Mann, einem Frauenhasser par excellence, der sich lieber mit jungen Männern umgab und den damals noch jungen Wilhelm Gerrace, sagen wir mal, protegiert hat. Auch die Art, wie Wilhelm Gerrace Arturos Mutter behandelt hat, das Wenige, was man darüber erfährt, ist verstörend. Oder dass er sich nach Arturos Geburt und dem Tod der Mutter überhaupt nicht um Arturo gekümmert hat. Und Arturo hat das nur überlebt, weil ein Hausangestellter ihn über Monate hinweg mit Ziegenmilch irgendwie durchgepäppelt hat. Im ersten Teil des Romans wird relativ ausführlich Arturos alltägliches Leben beschrieben. Mit Gleichaltrigen kann er nicht viel anfangen, sie auch nicht mit ihm. Und stattdessen zieht Arturos vor, so alleine über die Insel zu streifen, zusammen mit seiner Hündin Ima Colatella als einziger Begleitung. Also ein insgesamt sehr freilebendes Kind, dank mangelnder elterlicher Aufsicht sicherlich. Und dieser Teil des Romans ist voll von idyllischen und detaillierten Naturbeschreibungen, Beschreibungen der Sandstrände, auf denen Arturo seine Zeit verbringt, der felsigen Küste, seine abenteuerlichen Ausflüge auf seinem kleinen Boot, auf das Meer, Sonnenuntergänge über dem Meer und so kleine Erlebnisse dieser Art. Bei den ganz seltenen Gelegenheiten, wenn der Vater auf der Insel zu Besuch ist, machen Vater und Sohn überwiegend gemeinsame Ausflüge. Das ist das, was sie an gemeinsamer Zeit miteinander verbringen. Und dann sprechen sie über viele Themen, wobei Sprechen eigentlich zu viel gesagt ist. Also eigentlich ist es so, dass der Vater über seine eigenen sehr hochtrabenden Überzeugungen doziert, wie zum Beispiel über die Großartigkeit der Familie Gerard oder die Überlegenheit seines, also des Vaters eigenen Rationalismus und Atheismus gegenüber dem Aberglauben und der Rückständigkeit der anderen Inselbewohner. Und es sind eigentlich diese wenigen seltenen und auch fast monologischen Reden, die zu Beginn Arturos Vorstellungswelt prägen und ihm aber auch zumindest das Gefühl geben, von seinem Vater in einer Weise ernst genommen zu werden. Eines Tages ändert sich diese Situation grundlegend, und zwar als der Vater mit einer neuen Ehefrau auf die Insel zurückkehrt. Völlig überraschend. Die neue Ehefrau, Nunziata, ist ein 16-jähriges neapolitanisches Mädchen, mit ihren 16 Jahren nur zwei Jahre älter als Arturo zu dem Zeitpunkt. Und sowohl dem Leser als auch Arturo bleibt völlig unklar, warum der Vater Wilhelm Gerard beschlossen hat, erneut zu heiraten. Und zwar ausgerechnet dieses Mädchen, Nunziata. Die ist ja nicht nur sehr jung, sie ist auch äußerst schüchtern, fast verstört, wortkarg. Und vor allem als krasser Gegensatz zum ausgeprägten Atheismus von Wilhelm Gerard ist sie sehr, sehr fromm. Ihre ganze Aussteuer besteht eigentlich nur aus Madonnen-Bildchen, aus heiligen Bildnissen und ein paar hochhackiger Schuhe, das sie aber nach ihrer Ankunft auf der Insel nie mehr anzieht. Und die Art und Weise, wie Wilhelm Gerard nun seine neue junge Ehefrau behandelt, schon am Tag der Hochzeit, ist auch wieder absolut verstörend. Er versucht ständig, sie zu erschrecken. Er erzählt ihr Schauergeschichten über nächtliche Gespenster und Geister im Haus und macht ständig Andeutung, leicht bedrohlich, leicht schlüpfrig über die körperlichen Dinge, die Nunziata nun in der Hochzeitsnacht von ihm noch zu erwarten hat. Vor allem aber lässt er sie auch mit ganz unmissverständlichen Worten wissen, dass er sie überhaupt nicht liebt. Trotzdem scheint Nunziata ihren Ehemann Wilhelm zu verehren und sie findet sich ohne Zögern in die Rolle der fürsorglichen Ehefrau und der fleißigen Hausfrau und möchte auch eine gute Ersatzmutter für Arturo sein. Der aber ist durch diese Veränderung im Familienleben äußerst verwirrt und reagiert da sehr feindselig auf Nunziata. Für ihn ist sie ein Eindringling in das Familienleben, vor allem in seiner Beziehung zum Vater. Und deswegen tut er alles um ihr gegenüber bewusst unhöflich und rüde aufzutreten, sie lächerlich zu machen, sich über sie lustig zu machen. Und die Situation eskaliert noch einmal, verschlimmert sich, als er erfährt, dass Nunziata schwanger ist. Zum gleichen Zeitpunkt beginnt er aber auch seine Beziehung zum Vater, aber vor allem den Vater selber zu hinterfragen. Es wird ganz offenkundig, dass der Vater sich überhaupt nicht für seine Ehefrau Nunziata interessiert. Er interessiert sich nicht für ihren Zustand als Schwangere. Er begibt sich stattdessen auf eine seiner üblichen ominösen Reisen, ohne sich zu erkundigen, wann denn nun der Geburtstermin sein wird und ohne auch nur die Andeutung zu machen, wann er denn wieder zurückzukehren gedenkt. Die Nacht, in der Nunziata entbindet, ist einer der wichtigsten Wendepunkte in dem Roman. Nur die beiden, Nunziata und Arturo, sind zu Hause, als die Wehen bei Nunziata einsetzen. Arturo kann dieses Geschehen zunächst überhaupt nicht einordnen. Er wird erst mal von Nunziatas gequälten Schrein aus dem Schlaf ausgeschreckt und ist erst mal wie gelähmt, als er sieht, wie sie sich in Schmerzen windet und hin und herwirft und schreit. Und als er dann aber versteht, was zu tun ist und wie wild losend, um die Hebamme des Dorfes aufzusuchen, zu wecken und ins Haus zu bringen, da wird ihm klar, dass er tatsächlich eine riesige Angst hat, Nunziata könne in dieser Nacht bei der Geburt sterben. Und dadurch wird ihm bewusst, dass er sie eigentlich gar nicht mehr hasst, sondern dass sie für ihn eine sehr wichtige Person geworden ist, an der er auch hängt. Diese Erkenntnis verändert dann schlagartig sein ganzes Verhalten ihr gegenüber und von dieser Nacht an beginnt zögerlich so etwas wie eine Freundschaft zwischen den beiden zu entwickeln. Aber diese Freundschaft wird sehr schnell kompliziert, denn Arturo ist sehr bald eifersüchtig auf das Neugeborene, das von Nunziata als junger Mutter nun natürlich mit viel Lipkosung und Zuwendung und Streicheleinheiten überschüttet wird. Und Arturo wird klar, dass er als Kind nie diese Art von Zärtlichkeit, von Zuwendung erfahren hat. Seine Mutter ist ja früh verstorben durch diesen distanzierten Vater, hat er das nie erlebt. Er wird sich dessen bewusst, dass er noch nie in seinem ganzen Leben auch nur ein einziges Mal geküsst wurde. Und dieser Wunsch, geküsst zu werden, entwickelt sich bei ihm zu einer Obsession. Und es kommt dann dazu, dass er letztlich in einem Akt der Verzweiflung mit Gewalt versucht, Nunziata zu küssen. Und ab dem Punkt nimmt dann aber eine verhängnisvolle Wendung ihren Lauf. Denn der aufmerksame Leser hat bis zu dieser Stelle bereits gemerkt, dass auch bei Nunziata die Gefühle mittlerweile über das rein freundschaftliche hinausgewachsen sind. Auch sie hat sich, ohne es zu merken, Arturo verliebt und wird sich dessen bei diesem Kuss richtig bewusst. Und sie ist aber damit in einen absoluten Gewissenskonflikt gestürzt. Denn sie ist eine treue Ehefrau, möchte das weiter sein. Sie verehrt ihren Mann. Und sie ist auch so stark in ihrer Frömmigkeit verwurzelt, dass es für sie völlig außer Frage steht, ihrem Mann untreu zu werden und ein Geliebte von Arturo zu werden. So, mehr möchte ich nicht über die Handlung verraten, um euch den Genussen, auch die Überraschungen beim Lesen des Romans nicht zu verderben. Aber ich denke, ihr habt bereits eine Vorstellung von den Hauptmotiven, den Haupthandlungssträngen und den menschlichen Konflikten, um die es in diesem Roman geht. Vielleicht noch ein paar Sätze zur Sprache Morantes. Elsa Morantes schreibt in diesem Roman eine sehr bilderreiche, visuell orientierte Sprache. Sehr gut dazu geeignet, auch die Insellandschaften, die Natur und auch das Innenleben ihrer Hauptcharaktere vor allem von Arturo zu beschreiben. Die Sprache wirkt eher orientiert an den großen Romanciers des 19. Jahrhunderts als Vorbilder, als an der experimentelleren Moderne. Und das ist überhaupt nicht negativ, sondern im Gegenteil positiv gemeint. Die Sprache wirkt in keiner Weise altbacken, überaltert, altmodisch gestelzt, sondern sehr frisch, sehr flüssig zu lesen. Aber man merkt diese Schulung an den großen Erzählern des 19. Jahrhunderts. Das war mein erstes Buch von Elsa Morante. Es wird nicht das letzte bleiben. Und ich kann es einfach allen Lesern empfehlen, die sich für italienische Literatur interessieren oder die generell ein Interesse an Bildungsromanen haben, über die psychologische Entwicklung von Charakteren auch unter etwas herausfordernden Bedingungen. Das zweite Buch, das ich etwas detaillierter vorstellen möchte, ist von George Eliot, The Mill on the Floss, Deutsch, Die Bühle am Floss, hier in einer sehr schönen antiquarischen Ausgabe ungefähr aus dem Jahr 1900. Der Roman wird oft als sehr traurig beschrieben. Und ich stimme zu, dass er ein sehr trauriges Ende hat. Aber es wäre meiner Meinung nach völlig unangemessen, den Roman darauf zu beschränken und das Buch deswegen nicht zu lesen. Aus meiner Sicht ist der Roman trotz dieses traurigen Endes absolut lesenswert. Denn er berührt sehr wichtige menschliche Fragen und Konflikte. Und zwar ist das Hauptthema aus meiner Sicht der Kampf des Charakters gegen die Umstände. Und genauer gesagt zeigt der Roman auch wie eine unangemessene Erziehung. Und das Fehlen einer guten Anleitung für das Leben, das Fehlen von tragfähigen Vorbildern, das Leben von Menschen beeinflussen, ja sogar ruinieren können. Ganz gleich, wie gut die Absichten derjenigen waren, die für diese Erziehung, für die Form und der Charakter mitverantwortlich waren. Die Geschichte dreht sich um das Aufwachsen und die frühen Erwachsenenjahre von zwei Geschwistern, von Maggie und Tom Tulliver. Die beide in einer Wassermühle Dollcoat am Fluss Floss aufwachsen. Diese Mühle gehört dem Vater der beiden, Mr. Tulliver. Und Maggie und Tom sind sehr unterschiedlich angelegte Charaktere. Tom ist ein sehr praktisch orientierter, pragmatischer Junge, der eine Reihe von ganz klaren Überzeugungen und Prinzipien hat, nach denen er auch handelt, ohne dass er sich irgendwie durch viel Neugier, Wissensdurst, den Wunsch über den Tellerrand hinauszuschauen oder gar so etwas wie Spiritualität auszeichnet. Er hat diese Prinzipien, nach denen er handelt und er ist auch sehr davon überzeugt, dass seine eigene Einschätzung jeder Situation absolut richtig und angemessen ist. Wenn ja nicht sogar die einzig mögliche, die jeder vernünftige Mensch auch haben muss und der sich anschließen muss. Maggie, im Gegensatz dazu, lässt sich viel stärker von ihren Impulsen und ihren Launen leiten. Sie ist nicht sehr beständig, weder in ihren Überzeugungen noch in ihrem Verhalten. Und wir sehen das sehr schön schon in den ersten Kapitel des Romans, als beide noch Kinder sind. Da kommt es zu einer Situation, Tom ist ein paar Wochen von zu Hause weg gewesen. Und als er zurückkommt, muss er erfahren, dass seine geliebten Kaninchen gestorben sind. Einfach aus dem Grund, weil Maggie vergessen hat, sie zu füttern, weil sie mit ihrem Kopf in den Wolken war, tagträumerisch in ihren eigenen Projekten unterwegs war und vergessen hat, dieser Pflicht nachzukommen, die sie übernommen hat, was sie Tom versprochen hatte. Bei einer anderen Gelegenheit sehen wir nochmals schön Maggies Charakter. Da macht jemand eine etwas kritische Bemerkung über ihre Haare, über ihre Frisur und daraufhin stürmt sie los, holt sich eine Schere, stellt sich vor den Spiegel und schneidet kurzerhand ihre Haare ab. Sehr zum Entsetzen ihrer Mutter und der Teegesellschaft ihrer Tanten, die zu dem Zeitpunkt zufällig auch im Haus sind und darüber völlig entsetzt sind. Wir werden später noch mal etwas titulierter auf Tom und Maggie zurückkommen, aber vorher möchte ich noch ein paar Sätze über ihren Vater, über Mr. Tulliver, verlieren, weil er auch eine ganz zentrale Figur in diesem Roman ist. Mr. Tulliver ist ein grundsätzlich sehr gutmütiger und weichherziger Mensch. Manchmal bis an die Grenzen der Leichtsinnigkeit, also bis zu dem Punkt, an dem er das wirtschaftliche Wohlergehen seiner Familie aufs Spiel setzt, weil er zum Beispiel Geld an arme Verwandte verleiht, ohne in irgendeiner Weise auf vernünftige Sicherheiten zu achten, ohne sich um die Rückzahlung dieser Geldmittel zu kümmern. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite kann er aber auch extrem stur und starrsinnig sein und auf das bestehen, was er für richtig hält, gerade wenn es darum geht, auf das zu bestehen, was er für sein Recht hält. Und das spielt auch eine ganz entscheidende Rolle im Roman, denn entgegen aller Warnung seiner Verwandten und seiner Freunde strengt er einen Prozess an gegen einer seiner Nachbarn. Diesen Prozess verliert er dann auch mit Pauken und Trompeten und das entzieht ihm seine gesamte Existenzgrundlage und stürzt auch seine Familie in den Ruin. Mr. Tulliver hat eine besondere Beziehung zu Maggie. Sie ist schon so etwas wie sein Lieblingskind. Zu ihr hat eine Beziehung auf einer sehr starken emotionalen Ebene. Seine Beziehung zu Tom ist da eher etwas nüchterner, etwas praktischerer Natur. Ihm ist besonders wichtig, dass Tom eine gute formale Ausbildung erhält. Da spielt ein bisschen Standelsdünkel und Geltungssucht bei Herrn Tulliver mit, dass er das auch seinen Verwandten und seinen Nachbarn gegenüber zeigen kann. Sein Sohn hat eine gute Ausbildung erhalten. Aber es schwingen auch eine ganze Reihe an egoistischen Motiven mit, denn er glaubt, dass ein gut ausgebildeter Tom ihm in seinen Geschäften und vor allem in den Rechtsstreitigkeiten, die er auf sich zukommen sieht oder die er auch eingehen möchte, von großem Nutzen sein kann. Trotz dieser guten Absichten, Tom eine gute Ausbildung zukommen zu lassen, merkt man aber, dass er überhaupt keine Ahnung hat, was eigentlich eine gute Ausbildung bedeutet, was das beinhalten muss. Und er ist da sehr ahnungslos, weil er auch selber keine Ausbildung erhalten hat, keine formale. Und er ist sich gar nicht bewusst, dass es nicht die einzige alleinselig machende Ausbildung von der Stange gibt, die für jeden passt. Und deswegen folgt er mehr oder weniger blind links dem erstbesten Rat, den er von einer Person bekommt, die er dazu befragt und die ihm eine Antwort gibt, die ihm irgendwie plausibel erscheint. Und so wird Tom dann zu einem Landgeistlichen geschickt, einem kleinen Pfarrer, um dort eben bei diesem Pfarrer im Haus zu wohnen, sozusagen als in Pension und von diesem Pfarrer als Privatlehrer unterrichtet zu werden. Und dieser Pfarrer ist auch aber in seiner eigenen kleinen Geisteswelt gefangen. Und er gibt nun Tom das mit, was er für das non plus ultra Ausbildung hält, was aber für Tom völlig ungeeignet ist. Also Tom wird jetzt damit mal trittiert, die alten Sprachen, Altgriechisch und Latein zu lernen, die antiken Dichter auswendig zu lernen, die alte mathematische Werke von Euklid zu lernen. Und das passt überhaupt nicht zu ihm, das liegt ihm gar nicht. Und dieser der Zwang, der auf Tom jetzt liegt, diese für ihn völlig unpassende Ausbildung zu durchlaufen, sich mit diesen Fachgebieten zu beschäftigen, die verhärtet seinen Charakter ziemlich. Er wird noch pragmatischer, noch stärker auf den rein praktischen Nutzen orientiert denkend und wird vor allem unnachgiebiger seinen Mitmenschen gegenüber und vor allem unnachsichtiger seiner Schwester Maggie gegenüber. Ihren kleinen charakterlichen Schwächen gegenüber entwickelt er eine ganz besondere Härte. Maggie hingegen erhält überhaupt keine formale Bildung. Sie ist zwar das Lieblingskind ihres Vaters, aber er kümmert sich nicht um ihre intellektuelle Entwicklung, obwohl sie definitiv diejenige ist, die sich mehr für intellektuelle Dinge interessiert, die mit einer natürlichen Neugierde ausgestattet ist, um ihren kleinen Teil der Welt zu erforschen und zu verstehen. Sie ist eher eben eine Tagträumerin, die umherwandert, charmant ist, keinerlei echten Schaden anrichtet, aber an allem interessiert, schnuppert. Mehr durch Zufall stößt Maggie auf das Werk von Thomas Akempis, Mitatio Christi, Nachfolge Christi, ein sehr frommes Andachtsbuch aus dem Jahr 1418, das aber eine sehr weite Verbreitung hatte, überall in Europa. Und dieses Werk lehrt eine exzessive Demut und Selbstverleugnung. Und da Maggie dieses Buch ohne jegliche Anleitung oder Begleitung liest, nimmt sie alles wirklich sehr wortwörtlich und setzt sich selbst damit unter einen großen Frömmigkeitsdruck. Und aufgrund ihres eher labilen Charakters schwankt sie aber dann beständig hin und her zwischen unüberlegten, impulsiven Handlungen auf der einen Seite und dann wiederum übertrieben frommen Akten der Selbstverleugnung. Zwischen diesen beiden Polen werden also ihre Schwankungen dann eigentlich mit der Zeit noch extremer. Die Situation der Familie ändert sich drastisch, als Mr. Talibar seinen Prozess, seinen Besitz und damit auch seinen Lebens- und Arbeitswillen verliert. Und so muss Tom dann seine sogenannte Ausbildung abrupt beenden und anfangen, Geld zu verdienen, um die Familie zu ernähren. Und das ist eine Aufgabe, der gewachsen ist. Für die ist er eben aufgrund seines pragmatischen und praktischen zielorientierten Charakters bestens geeignet. Und deswegen schafft er es auch innerhalb weniger Jahre, nicht nur alle Schulden des Vaters abzubezahlen, sondern auch noch einen kleinen Vermögensstock aufzubauen und es auch hinzubekommen, dass der Vater ja zwar nicht mehr als Eigentümer, aber immerhin als Pächter wieder in die Mühle zurückkehren kann. Die zweite Ebene an Komplikationen beginnt, sobald romantische Zuneigung und Liebe ins Spiel kommen. Es entwickelt sich nämlich langsam eine Liebesgeschichte zwischen Maggie und einem Jungen namens Philip Wakeham. Philip ist so etwas wie ein Klassenkamerad von Tom. Er ist nämlich bei dem gleichen Pfarrer auch als Schüler untergebracht. Philip ist etwas benachteiligt körperlich, weil er einen Buckel hat, ist deswegen schüchtern und lehnt sich gerne an Maggie an. Diese Komplikation kommt aber dadurch zustande, dass Philip zufälligerweise der Sohn desjenigen Anwalts ist, der den Prozess gegen Mr. Talley, also für die Gegenseite durchgefochten und auch gewonnen hat. Und man kann sich vorstellen, dass das zu massiven Spannungen führt. Die Situation spitzt sich noch einmal zu, als auch der Verlobte von einer von Maggies Cousinen ebenfalls sein Auge auf Maggie wirft, trotz seiner Verlobung und ein bisschen den Kopf verliert und sogar plant, mit ihr durchzubrennen, wegzulaufen und sich heimlich trauen zu lassen. Ab dem Punkt werde ich jetzt keine weiteren Spoiler mehr verraten. Ihr müsst das Buch selber lesen. Ich kann nur wiederholen, was ich am Anfang gesagt habe. Ja, obwohl es sich um einen Roman mit einem etwas traurigen Ende handelt, es ist eine sehr differenzierte, aber auch ungemein unterhaltsame Studie über Charakter und Schicksal, die ganz tief in wichtige Themen eindringt, wie in welchen Einfluss die Menschen, die für unsere Erziehung, für unsere Ausbildung und Charakterbildung haben, welchen Einfluss sie haben auf unsere Persönlichkeitsentwicklung, unser Schicksal und wie inwieweit wir auch wiederum durch deren Charakterdefizite beeinflusst, beeinträchtigt werden können. Es gibt in dem Buch, das möchte ich betonen als Gegengewicht zu dem traurigen Ende, es gibt in dem Buch auch eine ganze Reihe an äußerst humorvollen und regelrecht witzigen Szenen, in denen Elliot die Oberflächlichkeit und die Bigotterie und den Egoismus vor allem der Taliban-Verwandtschaft entlarvt. Da gibt es nämlich eine große Gruppe von Tanten und Onkeln, die alle ihre eigenen kleinen Schwächen haben, im Allgemeinen schon gutartig sind, also keiner von denen ist irgendwie wirklich obgrundtief schlecht oder böse, aber sie haben eben alle ihre kleinen Charakterschwächen und Eitelkeiten und George Elliot schafft es, diese auf eine herrlich humoristische Weise darzustellen, ohne sich dabei irgendwie übermäßig über diese Person lustig zu machen. Man merkt, dass Elliot wirklich eine tiefe Sympathie eigentlich für alle Charaktere hat, die sie beschreibt, auch für die problematischen. Keine davon ist eine eindimensionale Figur, die nur schräg oder nur böse ist, aber jeder hat eben ihre spezifischen Schwächen und diese Schwächen färben und vieles, was die Personen sagen oder tun und das schafft Elliot wirklich sehr präzise, aber auch sehr humorvoll herauszuarbeiten. Meine absolute Lieblingsszene ist die, in der diese ganze Verwandtschaftsklicke zusammenkommt, um zu beraten, wie der Familie Talewa nach dem Scheitern von Mr. Talewas Gerichtsprozess jetzt nun geholfen werden kann. Und in dieser Szene werden dann die meisten von diesen Verwandten, statt jetzt mit praktischen Ratschlägen und mit konkreten Taten der Nächstenliebe irgendwo aufzuwarten, werden sie die Gelegenheit nutzen, um ihre eigenen kleinen Tugenden und Leistungen über den grünen Klee zu loben. Sie behaupten zwar alle, ihr Bestes geben zu wollen, aber wenn man auch nur ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann erkennt man sofort ihre versteckten und selbstsüchtigen Motive und die Art und Weise, wie sie sich selbst widersprechen und alle ihre kleinen Charakterschwächen und kleinen Laster ungewollt offenbaren. Allein dieses witzige Kapitel macht das Buch so lesenswert und zeigt sehr schön das erzählerische Können von George Eliot und ihre Meisterschaft in der Beschreibung und Entwicklung von Charakteren. Also absolut lesenswert. Ja, nach diesen zwei etwas intensiveren Vorstellungen möchte ich noch zwei Bücher erwähnen, die ich im Januar zwar mit Genuss gelesen habe, die mich aber nicht so sehr beeindruckt haben wie die beiden ersten und ich deswegen hier nur ganz kurz in ein bis zwei Minuten jeweils anreise. Das erste ist der Roman Showboat von Edna Ferber, ein Buch, das ich Anfang Januar beim Stöbern in einem Bremer Antiquariat gefunden habe. Über diesen Antiquariatsbesuch habe ich auch ein kleines englisches Video gemacht, das findet ihr auf einer der beiden Seiten. Showboat ist ein Roman über eine Familie, die Ende des 19. Jahrhunderts ein Theaterboot auf dem Mississippi-Betrieb. Also von Stadt zu Stadt mit dem Schiff fuhr, anlegte an den Orten und dann jeweils vor ein oder mehrere Abende. Dort gastierte mit der Vorführung populärer Theaterstücke und mit kleinen Konzerten. Mit einer Schauspielertruppe mit sehr hoher Fluktuation. Das Buch war bis in die 1950er Jahre ziemlich bekannt, wurde dreimal verfilmt und war auch die Basis für ein sehr, sehr erfolgreiches Broadway-Musical. Ist mittlerweile in Vergessenheit geraten in das Buch. Es ist aber ein flüssig geschriebener und kurzweiliger Roman mit ein paar originellen Figuren, die im Gedächtnis bleiben, aber ein Roman mit einem eher leichten Unterhaltungskarakter. Zweifelsson. Und ich glaube auch, dass er einige kleinere Mängel im Schreibstil aufweist. Also insbesondere im letzten Viertel des Romans ist mir aufgefallen, dass hier die Handlung plötzlich in den Zeitraffer-Modus umschaltet und man merkt, hier geht irgendwie die erzählerische Luft aus und etwas, was eigentlich breiter angelegt war, soll jetzt aber schnell und auch mit Zuhilfenahme von ein paar glücklichen Zufällen schnell einem guten, aber berührenden Ende zugeführt werden. Das hält mich hier zurück, das Buch als große Literatur nach meinem Verständnis zu beschreiben. Aber das Buch zu lesen ist absolut keine Zeitverschwendung. Wir alle brauchen ab und zu mal etwas Unterhaltsahmes von der leichten Muse. Und wenn ihr auf der Suche nach etwas Interessantem über das Leben im amerikanischen Süden, auf dem Mississippi und das Showgeschäft in diesem Kontext im späten 19. Jahrhundert seid, dann ist der Roman sicherlich etwas für euch. Ihr werdet es dann nicht bereuen, ihn zu lesen. Er ist auch nicht oberflächlich oder schlecht geschrieben. Es geht hier auch an einigen Punkten um durchaus Konflikt besetzte, schwierige Themen, wie zum Beispiel anachronistische Rassengesetze in einigen Südstaaten und die daraus entstehenden Spannungen innerhalb der Theatergruppe oder zwischen Theatergruppe und dem Publikum. Es geht um die zwielichtige Milieu der Glücksspieler, die zum Teil unter und wie sie auch zum Teil ausgenutzt werden. Durchaus interessant. Der zweite Roman, den ich kurz vorstellen möchte, ist der historische Roman Tränk des deutschen Exilautors Bruno Frank über das wahre Leben eines preußischen Adeligen, der ein Günstling Friedrichs des Großen war, der dann aber wegen einiger ungeschickter politischer Aktionen und auch der Tatsache, dass er eine romantische Beziehung, wenn nicht keine Liebesbeziehung zu einer Schwester von Friedrich den Großen hatte, von Friedrich schwer bestraft wurde, mit jahrelanger Einzelhaft unter menschenunwürdigen Bedingungen, der dann nach seiner Freilassung einfach zum falschen Zeitpunkt an den falschen Ort, nämlich nach Frankreich ging, wo er dann mitten in die Revolutionswirren hineinkam und als vermeintlicher preußischer Spion unter der Guillotine endete. Mir gefiel das Buch grundsätzlich. Die Lebensgeschichte von Tränk ist wirklich hochspannend und auch menschlich sehr berührend, aber ich habe auch einige Schwierigkeiten mit dem Roman gehabt und die meisten haben aber, glaube ich, mit einem eher grundsätzlichen Problem zu tun, das ich persönlich mit historischen Romanen habe und vielleicht werde ich dazu mal ein eher theoretisch angelegtes eigenes Video machen. Also ich werde mich durch diesen historischen Roman nicht von Bruno Frank abhalten lassen, er wird definitiv von mir eine zweite und auch dritte Chance bekommen. Ich werde noch ein paar Werke von ihm lesen, denn grundsätzlich interessieren mich gerade die deutschen Exilautoren besonders und ja, mal sehen, was sich in Bezug auf Bruno Frank noch entwickelt. Aufgemerksam geworden bin ich auf Bruno Frank übrigens durch einen Hinweis von Thomas vom Kanal Schundleser. Falls ihr Thomas und seinen Kanal noch nicht kennt, schaut dort einmal vorbei. Das lohnt sich. Er macht sehr interessante Sachen, erfrischend anders als das übliche zahlenfixierte Lesebuchhalterwesen, dem man sonst her auf Booktube relativ viel begegnet. Okay, zum Schluss möchte ich sozusagen als Off-Topic-Bonus noch eine kleine persönliche aktuelle Geschichte mit euch teilen, als Blick, was macht dieser seltsame Mensch eigentlich in seiner Freizeit, wenn er nicht gerade liest oder YouTube-Videos dreht oder seine Bücher abstaubt. Ich habe gerade ein sehr praktisch orientiertes Nebenprojekt als gutes Gegengewicht zum Lesen. Ein kleines Projekt, das einen Gutteil meiner Lesezeit verschlingt, mir aber zumindest viel körperliche Bewegung gibt und das hat ja auch seine Vorteile. Ich habe nämlich im Januar relativ viele Stunden da mit verbracht, in meinem Garten große, tiefe Löcher zu graben, um zu verhindern, dass dieses Grundstück sonst unweigerlich sich in einen unbenutzbaren Sumpf verwandelt. Unser Grundstück war ursprünglich mal eine Sumpfwiese und es gibt hier ein circa 100 Jahre altes Drainagesystem, das dieses Grundstück überhaupt bebaubar und als Garten nutzbar macht und offensichtlich ist eines der Hauptrohre dieser Drainagen verstopft und der Garten säuft ab. Problem, dieses alte System liegt ungefähr auf zwei Meter Tiefe und ist nicht zuverlässig kartiert und das Grundstück ist selbst für kleine Bagger nicht zugänglich, ohne dass man jetzt ohne Mauern und Zäune abzureißen hat. Also war Handarbeit angesagt und ich habe einige tiefe Löcher gegraben. Es war ein gutes Stück Arbeit, aber zur Aufmunterung habe ich dabei auch ein paar interessante Funde gemacht. Zum Beispiel neben einem alten Tintenfass auch diese kleine Porzellankaffeetasse mit Dekor im chinesischen Stil. Nach erster Quick & Dirty Recherche müsste das ungefähr aus den 40er Jahren stammen. Die war natürlich zerbrochen, aber nur in zwei Teile, die ich leicht kleben konnte und so steht diese Tasse jetzt zumindest zur Deko in meinem Bücherregal als ein schönes kleines Souvenir an mein Maulwurf-Projekt. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal oder was noch wichtiger ist, lasst mir gerne einen Kommentar da, damit wir ins Gespräch kommen, in die Diskussion über Literatur, denn das ist das, was mir für diesen Kanal wirklich am allermeisten am Herzen liegt. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut, passt auf euch auf. Tschüss und ciao.